Yo Leute, Willkommen zu einer weiteren Folge von MyWolfHistory Ja moin moin Letzte Folge kam am 14.09.2019 in der Beta 1.4 In der Beta 1.6.5 Die 1.5 wird übersprungen Und, ja, wir sind da, hallo Hab ich doch schlafen Jo, warum kommt ja keine Folge? Das hab ich mir selber so weit gedacht, Zeit morgens aufzunehmen Aber heute hab ich mal Zeit Weil Julia beim Friseur ist Und da kann man hier eine schöne Folge abstorben Da sind mehrere Folgen Ich hab noch vor Na, vielleicht auch eine Dings aufzunehmen In der Folge Minikonfleck Ich hab grad eben von Rätsel aufgenommen Und, äh, nicht wundern Da können gleich wieder hier so'n Ja, ein Sound geben Aber wie du da gerade noch Deswegen nicht wundern Und gleich ein Windows 10 Boah, Sound bei euch kommt erst bei mir Jo Können natürlich trotzdem gucken Weil, wie gesagt, trotzdem bei euch, ne? Für komplette Zeitgleich, ne? So, da ist ein Skelett Ein Halbdoter Da ist ein Halbdoter So, da ist ein Halbdoter So, da ist ein Halbdoter Das hat echt so'n Schnelldurchlauf Für die ganzen Invasion Weil ich meine, wann soll ich es am Tag mal aufnehmen? Ich hab noch Glück Oder heute halt, ne? Und, äh Ja, das ist halt Schwierig Schwierig, schwierig Ähm Ich versuch's So gut wie's geht Wie heute, ne? Ich hab mich direkt an die Aufnahmen hier drangesetzt Ich hab grad eben noch Rätsel Das wollte dann noch kommen Mini-Curve-Tech Weiß noch nicht, wie soll ich hochladen Ich denke, Mini-Tech kommen um 15 Uhr und Ist doch hier um 13 Uhr oder sowas Mal gucken, wie ich hochklang kriege Ja Ja, ich denke nicht so hoch wie zur Auswahl Auch hier Ich hab auch noch nie Auch Ich versuch's auch mal Um uns aufmöglich zu bringen Ja, das ist klar Aber Ich werde jetzt nicht in diese Version 1.7 Uhr so gehen 1.8 Uhr Dann 1.0 1.1 1.2 1.3 Ja Ich werde noch so'n paar wichtige Einfach spielen Wahrscheinlich dann irgendwie Äh Ich bin dann noch eine Vollversion 1.0 Als nächste Version 2.0 Lackern ich die Aufnahme? Irgendwie schon, oder? Wir haben einen Lack doch Ist er am Rendern? Oh Gott Sorry Leute Eiflobe versteht mich nicht, ich mache ich gerade eben nicht so viel Eiflobe versteht mich nicht, mache ich gerade eben nicht so viel Das ist scheiße Bittes ihm überlassen Nein jedenfalls Ähh Boah ich hab keine Ahnung 3.0 2.0 Was aber bei der Vollversion, ne? Also ich möchte wahrscheinlich 1.0 spielen, dann noch 1.3 wahrscheinlich, dann 1.5, so das ist jetzt mein Video, dann 1.2, jetzt hoffentlich keiner, wo wir jetzt die CPU-Auslösung mehr haben, dann wahrscheinlich 1.3, dann 1.5 wahrscheinlich, dann irgendwie 1.7, 1.8, dann wahrscheinlich 1.12, ich weiß nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht Naja, ich kann nichts machen, und, ja, ich könnte schon was machen, aber, das wäre echt, das möchte ich nicht so gerne, das möchte Yula nicht so gerne. Es lohnt sich einfach, ich sag einfach, die Saft nicht mehr, dass es auf 6 kommen, aber das mache ich natürlich nicht, aber, ja, ich denke ihr wisst schon warum, ich denke natürlich sind ein paar tausende Lichtjahre wichtig als der CPU-Tug zu machen, und, ja, mal mal gucken, ich werde es morgen auch im Schnellweglauf abschließen, hoffentlich, bis ich dann irgendwie, im Frühling dann irgendwie quitte, das wird so krass, irgendwann leider quitt. so weit ist, und, ja, ich denke mir mal eben oben an, ich habe die Stereo nicht, tue ich sowieso. Hi, was geht, ich komme hier in den Tigerwald. Ist das eine Wüste? Ne, das ist ein Beach, ne? I'm Beach, I'm Beach, I'm Beach, I'm Beach, I'm Beach. Na, ich bin ein komisch Denker hier, wie ich. Hihi. Oh, ich bin böse. Yo. So, wenn ich noch diese Folge, ich würde sagen, ich würde noch ein kleines Schild einmal machen. Ich würde das Datum nach fast 2 Monaten machen. Ein Schild hier. Mal gucken, was hier nie zur Folge gibt. Ich hoffe noch dieses Jahr, aber jetzt spiele ich nicht. Ich will die gerade. Ah, ich weiß nicht. Eventuell. Äh. Am 21.12. Weiß ich auch nicht. Aber da könnte noch eventuell noch mal gekommen. Weiß ich auch nicht. Okay. Ich denke da vor die Wochen. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Weil Julia bei mir ist. Am 21. Und vor Weihnachten. Das ist ja das letzte Weihnachts- äh. Das letzte Wochenende halt. Vor Weihnachten. Ich weiß nicht, ob sie dann zu mir kommt. Oder irgend sowas noch ein bisschen mithilft und sowas. Verlass beim Schmücken oder was. Keine Ahnung. Eventuell könnte da was kommen. Ah. Muss ich mal gucken. Ich glaube die Wochenende ist noch nicht so vorgekommen. Nach dem 24. Dann am 37. Dann am 30. November oder was. Da könnte alles alles passieren. Ja. Aber ich. Denk mal nicht. Eigentlich kann das eigentlich uns jede Woche irgendwie sehen am Wochenende. Wir können es ja nicht mal irgendwie. Äh. Unter der Woche machen. Natürlich müssen wir es am Wochenende sehen. Ja. Das war halt schlecht. Für die Aufnahmen, ne? Tut mir leid. Hallo, die Aua. Na ja. YouTube ist halt mir nicht mehr so wichtig. Ich hab' ein Blöder. Das kommt immer noch raus. Okay. Minecraft. So. 2. punto 5. Heute ist der... 9.11. 2019. Coolio. So. An chrisch sagen wir sind für den Abschluss gewesen. Ich hoffe, alles überfallen. Ich mach' einen Schluss jetzt. Auf jeden Tag noch Samstag Und ciao